Hallo Leute! In diesem Video erwartet sich der zweite Teil der Emoji-Serien-Challenge. Ich werde dir gleich 20 verschiedene Bilder zeigen und du musst aufgrund der Emoji-Kombinationen erkennen, um welche Serie es sich handelt. Kannst du deine Platzierung vom Teil 1 halten oder wirst du dich sogar verbessern? Wir finden es gleich heraus. Wenn du 0 bis 5 Serien erkennst, bist du ein Serienanfänger. Bei 6 bis 10 bist du ein Serienliebhaber. Bei 11 bis 15 bist du ein Serienfreak. Und bei 16 bis 20 bist du ein Seriengenie. Für jede Serie hast du 15 Sekunden Zeit. Solltest du mal länger benötigen, kannst du jederzeit Pause drücken. Ich bin mal gespannt, wie viele Serien du erraten kannst. Schreib mir das Ergebnis nach diesem Video unbedingt in die Kommentare. Den ersten Teil dieses Videos findest du übrigens oben rechts in der Infokarte. Und wenn du in Zukunft noch mehr solcher Videos sehen willst, vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren. Bist du bereit? Los geht's! Nummer 1. Welche Serie ist das? Hast du's erraten? Es ist die amerikanische Sitcom Two Broke Girls. Nummer 2. Wie sieht's mit dieser Serie aus? Hast du's erraten? Es ist die berühmte Fantasy-Serie Game of Thrones. Nummer 3. Was ist das für eine Serie? Hast du eine Idee? Es ist die Animationsserie Bojack Horseman. Nummer 4. Welche Serie ist das? Hast du's erraten? Es ist die Anime-Serie One Piece. Nummer 5. Wie sieht's mit dieser Serie aus? Hast du's gewusst? Es ist die Polit-Serie House of Cards. Nummer 6. Was ist das für eine Serie? Es ist die Zeichentrick-Serie Ben-Ten. Nummer 7. Wie sieht's mit dieser Serie aus? Hast du's erraten? Es ist die berühmte Action-Serie Prison Break. Nummer 8. Erkennst du auch diese Serie? Hast du's gewusst? Es ist die Animationsserie Teenage Mutant Ninja Turtles. Nummer 9. Welche Serie ist diesmal gesucht? Hast du's erraten? Es ist die Amerikanische Krankenhaus-Serie Squabs. Nummer 10. Was ist das für eine Serie? Wir sind schon wieder an der Hälfte dieses Videos angekommen. Jetzt ist es an der Zeit für eine kleine Zwischenfrage. Was denkst du? Welche Serie ist die teuerste aller Zeiten, gemessen an den Kosten pro Folge? A. The Big Bang Theory B. The Pacific Oder C. Game of Thrones Oben rechts in der Infokarte kannst du deine Stimme abgeben. Die Auflösung folgt am Ende des Videos. Nummer 11. Welche Serie ist das? Hast du's erraten? Es ist die Amerikanische Sitcom Der Prinz von Bel-Air. Nummer 12. Was ist das für eine Serie? Die Amerikanische Animationsserie Oggie und die Kakerlaken. Nummer 13. Wie sieht's mit dieser Serie aus? Hast du's erraten? Es ist die Mystere-Serie Akte X. Nummer 14. Welche Serie ist das? Hast du's erraten? Es ist die Anime-Serie Detektiv Conan. Nummer 15. Wie sieht's mit dieser Serie aus? Hast du's gewusst? Es ist die Amerikanische Serie Mr. Robot. Nummer 16. Was ist das für eine Serie? Es ist die Zeichentrick-Serie Die Gummibärenbande. Nummer 17. Wie sieht's mit dieser Serie aus? Hast du's erraten? Es ist die Arzt-Serie Dr. Haus. Nummer 18. Erkennst du auch diese Serie? Hast du's gewusst? Es ist die Animationsserie Miraculous. Nummer 19. Welche Serie ist diesmal gesucht? Hast du's erraten? Es ist die Amerikanische Sitcom Two and a Half Man. Nummer 20. Was ist das für eine Serie? Nummer 19. Hast du eine Idee? Es ist die Kinderserie Dower. Nummer 20. Das waren 20 Serien getarnt als Emojis. Welchen Rang konntest du erreichen? Bist du ein Serienanfänger? Ein Serienliebhaber? Ein Serienfreak? Oder ein Seriengenie? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Und zu guter Letzt hier noch die Auflösung der Quizfrage. Die teuerste Serie aller Zeiten ist The Pacific. Eine Folge kostete unglaubliche 20 Millionen Dollar. Eine Folge Game of Thrones kostet übrigens 15 Millionen Dollar. Und eine Folge The Big Bang COE liegt bei 6 Millionen. Wenn dir das Video gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.